Schau dir mal, wer da ist. Hä? Zweige. Wer hat das recht, oder? Ja, das liegt ja da. Ja. Ja, vorige Woche, war's sau warm. Jetzt hätte man am 1. Mai gebraucht. Ja, war aber gemeldet am 1. Mai. Ist der kalteste Tag. Du kriegst einen anderen Video hin, gell? Ja. Du kriegst einen Video hin. Der älteste Hund Deutschland lebt in Möhren. Hahaha. Ja. Stimmt. Hahaha. Hahaha. Hey, das ist nicht gut in Deutschland. Das glaube ich nicht. Hahaha. Ja, aber du musst auch wenn du nicht kommst, dann musst du auch zu deiner Hand stehen. Dann musst du auch dazu stehen. Ist ja eh klar. Ist ja normal, ne? Also wenn Gott will, und nichts dazwischen kommt, zwischen mir meine ich. Es könnte dazwischen kommen, dass du nur mal 1 oder 2 kriegst, und dann ist 2, und dann schläfst du über 6 in Hebel. 7, alles klar. Hahaha. Ein Mann, ein Watt. Ja, wirst du das? Ja. 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 Ja.